So Leute, bis jetzt startet Bitcoin die aktuelle Woche mit einem wunderschönen kleinen Pump. Das einzige Problem ist, dieser kleine Pump könnte einfach nur dazu führen, dass Bitcoin ein massives Descending Triangle formen wird über diese Woche und wir dann doch zum Ende der Woche ein massives Breakout nach unten sehen. Leute, wir wollen uns heute die Kurse etwas genauer anschauen. Natürlich habe ich auch mal wieder zwei sehr interessante On-Chain-Daten für das heutige Video rausgesucht. Einfach aus dem Grund, weil wir uns Step-by-Step jetzt immer näher, auch mit On-Chain-Daten und den Fundamentals, wie zum Beispiel News, beschäftigen müssen, um herauszufinden, wo denn wirklich der Boden ganz genau sein wird, den wir hier natürlich mit nicht nur Long-Positionen, sondern auch mit einer Erweiterung unseres HODL-Portfolios erwischen wollen. Leute, wenn es euch jetzt wie mal gefällt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Jedes einzelne Video von mir erreicht aktuell die 1000 Likes. Vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen da draußen, der einen Kommentar da lässt, der die Videos liked. So werden die Videos in den YouTube-Algorithmus gepusht und mir macht das Ganze nochmal mehr Spaß, meine Informationen komplett kostenlos an euch rauszuhauen. Das heißt, einfach abonnieren, die Glocke aktivieren, einen Kommentar schreiben und mal einen Daumen nach oben da lasst. Und jetzt würde ich sagen, reden wir gar nicht großartig drumherum, sondern springen direkt mal in die Charts, denn ihr fragt euch sicherlich auch, hey Mo, ist es jetzt nicht an der Zeit, vielleicht seine Swing-Long-Trade-Position hochskalieren oder eröffnest du jetzt sogar einen neuen Long-Trade? Leute, lasst uns jetzt erstmal in die Charts springen. Auf dem Daily-Time-Frame hat sich nicht allzu viel verändert. Bitcoin könnte weiterhin potenziell hier unser wunderschönes W-Pattern auf dem Daily-Time-Frame formen. Das steht aber, wie gesagt, noch weit von einer Bestätigung, denn dafür müssten wir erstmal über die 21.500 Dollar kommen. Gehen wir auf den 4-Hourly. Und das ist ja der 4-Hourly-Time-Frame, den haben wir uns über die letzten Tage immer wieder angeschaut, wegen einem ganz bestimmten Chart-Pattern. Und zwar diesem Falling-Broadening-Wedge. Und Leute, dieser Falling-Broadening-Wedge, wie wir die ganze Zeit gesagt haben, wäre natürlich das optimale Chart-Pattern, um hier nach oben auszubrechen, um dann eine Chance zu haben, hier auf dem Daily ein perfektes W-Pattern zu formen. Jetzt haben wir hier nur ein Problem. Als allererstes mal, Leute, haben wir bis jetzt noch kein bestätigtes Breakout. Denn, wie ihr wisst, ein bestätigtes Breakout, wie ich euch auch in meinem letzten Video erklärt habe, passiert erst, wenn der ehemalige Hochpunkt vorm Retest erfolgreich nach oben hin durchbrochen worden ist. Und da das aktuell noch nicht der Fall ist, habe ich weder meine Long-Position hochskaliert, noch habe ich tatsächlich einen neuen Long-Trade eröffnet, oder ich habe das auch aktuell noch nicht vor. Selbst wenn wir jetzt bestätigt hier über diesen Hochpunkt brechen. Warum? Es hat sich einiges geändert, nachdem ich auf die 1-Hourly-Timeframes geschaut habe. Und zwar sehen wir hier eine sehr, sehr interessante Sache. Und zwar sehen wir hier, dass Bitcoin sich tatsächlich noch in seinem Falling-Broadening-Wedge befindet. Und das kann immer wieder passieren, denn die 4-Hourly-Candles schließen natürlich bei ganz, ganz anderen Preisen als die 1-Stunden-Kerzen zwischendurch. Und somit können sich unterschiedliche Chart-Pattern auf demselben zeitlichen Ablauf auf verschiedenen Timeframes bilden. Und was wir jetzt hier ganz schön sehen können, ist, dass Bitcoin nicht rein zufällig bis jetzt noch nicht die Bestätigung reinbekommen hat, die man da eigentlich jetzt erwartet hätte bei diesem Breakout. Das liegt einfach daran, dass wir hier auf dem 1-Hourly-Timeframe eben noch nicht mal über den Widerstand drüber gekommen sind. Natürlich haben wir aktuell leicht höhere Wahrscheinlichkeiten, dass der Kurs hier das schaffen wird, den abwärts fallenden Widerstand nach oben hin zu durchbrechen. Einfach aus dem Grund, weil wir auf dem 4-Hourly-Timeframe ja auch bereits aus demselben Chart-Pattern nach oben ausgebrochen sind. Höherer Timeframe, selbes Chart-Pattern, wir brechen nach oben aus. Likelihood, dass auf dem kleinen Timeframe das Chart-Pattern auch noch ausbricht, natürlich erhöht. Und mit einem Breakout würden wir dann hier auch das Breakout auf dem 4-Hourly-Timeframe bestätigen, hätten noch ein Breakout auf dem 1-Hourly und dann kann man tatsächlich ein bisschen seine Long-Position fürs Erste hochskalieren. Das ist aber wie gesagt noch nicht passiert. Und aus dem Grund muss man sagen, wenn wir jetzt hier auf dem 1-Hourly mit den nächsten 48 Minuten eine Rejection reinbekommen und jetzt hier dumpen, naja Leute, dann haben wir hier ein M-Pattern, ein weiteres bearishes Chart-Pattern, was dann definitiv eher mal für Kurse von 18.000, niedrigen 18.000 Dollar sprechen würde. Aber davon abgesehen, muss man natürlich ganz klar sagen, dass wir dann das Potenzial hätten, auf dem Daily-Timeframe ein massives, und das ist das, was ich euch zum Anfang des Videos gezeigt habe, bevor wir jetzt auf die Chart-Analyse und die News zukommen, könnte es natürlich auch sein, dass selbst mit einem positiven Breakout jetzt hier an der Stelle nach oben, dass wir dann tatsächlich trotzdem beim 20.500 Dollar eine Rejection reinbekommen. Das heißt, es gibt immer noch aktuell einige Sachen, die nach oben hin durchbrachend werden müssen, bevor ich bullisch werde. Aus dem Grund, ja Leute, ich habe in meinem gestrigen Video gesagt, ich werde Long-Positionen hochscaling, ich werde neue Long-Positionen öffnen. Diese Pläne haben sich jetzt erstmal auf Eis gelegt, einfach aus dem Grund, weil Bitcoin eben zu lange gebraucht hat, um nach oben auszubrechen und jetzt sich eben charttechnisch doch nochmal etwas verändert hat, vor allen Dingen, wenn die nächsten Stunden jetzt hier bearish ausfallen sollten. Das heißt, Leute, lasst uns einfach den Bitcoin-Preis im Auge behalten. Ab jetzt, Leute, dieses Descending Triangle, dieses Potenziale und damit dann natürlich auch mehr oder weniger dieses W-Pattern, das ist jetzt erstmal auf dem Daily-Time-Frame das, was ich im Auge behalte, um neue Positionen potenziell zu eröffnen und sollte ich auf die Idee kommen, eine Short-Skull-Position zu eröffnen, werde ich euch natürlich auch darüber in meinen Videos informieren. Ansonsten, Leute, müssen wir uns jetzt aber hier noch diese On-Chain-Data anschauen, denn was zeigt uns das, Leute? Das zeigt uns tatsächlich, was mit Bitcoin-Wahlen, die über 1.000 Bitcoin tatsächlich bewegen, was machen die aktuell? Und zwar können wir hier tatsächlich einmal sehen, Whale-Net-Exchange-Withdrawals, das heißt, wenn das Ganze hier natürlich grün ist, das ist natürlich positiv von uns, dann zahlen Bitcoin-Wahle mit Volumen von über 1.000 Bitcoin. Tut mir leid, Leute, ich hatte irgendwas verschluckt, ganz, ganz komisches Gefühl. Ich hoffe, da hängt jetzt nichts irgendwie in meinem Hals. Es ist grün, weil es natürlich positiv ist. Mehr oder weniger, wenn Whales withdrawen, also wenn wir Rekordhochs haben von Whales, die withdrawen, dann bedeutet das natürlich, dass diese bald nicht mehr verkaufen können, weil sie alles gewisdrowt haben. Umgekehrt natürlich, wenn wir sehen, Bitcoin werden eingezahlt, wie jetzt zum Beispiel hier, dann oder mehr Bitcoin werden eingezahlt als ausgezahlt, dann wissen wir, okay, die Whales depositen gerade Bitcoin und verkaufen gerade ein bisschen und nehmen gerade etwas Profite. Und was wir jetzt hier ganz schön sehen können, ist, dass wir beim aktuellen Low-Punkt bei einem sehr, sehr hohen Value bereit sind von Bitcoin, die von Exchanges gewisdrowt werden. Das heißt, es ist hier wirklich sehr, sehr positiv. Die Leute, die Whale, nehmen ihre Bitcoin von den Exchanges runter, obwohl wir dumpen. Das heißt, das zeigt natürlich definitiv, dass kein Interesse da ist zu verkaufen. Eine On-Chain-Data, die definitiv hier an der Stelle Bullish ist. Wir dürfen nicht vergessen, Leute, diese ganzen On-Chain-Daten, die zeigen uns mehr oder weniger, dass der Boden in den nächsten 3-4 Wochen, wie ich in meinem gestrigen Video gesagt habe, dass der Boden in den nächsten 3-4 Wochen drin sein müsste. Das Einzige, was man natürlich jetzt hier bedenken muss, ist, dass wir davor, auch mit diesen On-Chain-Daten, die können genau gleich bleiben, aber wir können kurzzeitig auf 14.000, 15.000 Dollar wicken. Und das müssen wir uns natürlich im Hinterkopf behalten. Ansonsten, Leute, die zweite On-Chain-Data und natürlich, wie immer, lasst auf jeden Fall jetzt nochmal einen Daumen nach oben da, Leute, falls wir die 1.000 Daumen nach oben noch nicht erreicht haben. Let's go. 1.000 Daumen nach oben. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Das supportet mich. Abonnieren, die Glocke aktivieren. Das pusht das Video ein bisschen in den YouTube-Algorithmus, dass auch so viele Leute wie möglich das sehen. Denn wir wollen nämlich auch noch über die Bitcoin on Exchanges reden. Und zwar, Leute, sehen wir natürlich, was zeigt uns das an? Das zeigt uns den Gesamtbetrag von Bitcoin auf Exchanges. Und bis jetzt, wenn das gefallen ist, haben immer viele Leute das als Argument genommen, okay, Bitcoin werden von Exchanges gewishtrault. Das bedeutet natürlich, dass bald der Supply weg sein wird von Leuten, die auf Exchanges verkaufen. Und dann muss der Preis bald wieder massiv pumpen. Eine Sache, die wir hier nicht vergessen dürfen, Leute, wir haben massive Collapses gesehen, wie Terra Luna, Celsius, alles Mögliche. Und wir dürfen da eine Sache nicht vergessen, dass es natürlich auch sein kann, dass einfach zentrale Exchanges, was das hier repräsentiert, natürlich ein bisschen vielleicht erneut Anvertrauen verloren haben. Ja, also zentralisierte Entitäten im Kryptomarkt haben definitiv über die letzten Monate einen Vertrauensverlust erlitten. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass Leute ihre Bitcoin eben lieber wieder privat auf ihrer Ledger oder auf ihrer Wallet halten, um eben nicht das Risiko zu haben, dass ein Exchange oder irgendetwas pleite geht und sie somit all ihre Kryptowährungen verlieren. Na ja, Leute, wenn es euch viel mehr gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, behaltet jetzt hier auf jeden Fall den Daily-Timeframe und auch den Hourly-Timeframe im Auge, denn hier aktuell während des Videos die Wahrscheinlichkeit natürlich dadurch, dass wir auf dem 4-Hourly-Timeframe schon nach oben ausgebrochen sind, hier jetzt auch wieder höher, dass wir nach oben ausbrechen. Aktuell passiert es sogar. Trotzdem, auch für den 1-Hourly-Timeframe gilt natürlich jetzt, wir wollen ein bestätigtes Breakout sehen, wir wollen erst nochmal retesten, wir wollen den Hochpunkt erst nochmal nach oben hindurchbrechen, bevor wir hier irgendeine Entscheidung zur Vergrößerung unseres Swing-Long-Trades treffen. Leute, ich würde aber sagen, schauen wir uns jetzt hier noch das allerletzte fürs Video an und dann sehen wir uns auch schon direkt morgen wieder. Und zwar US-Millenials own more crypto than mutual funds. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ist zwar keine On-Chain-Data, das hat aber was mit den Fundamentals zu tun, die sich für Bitcoin verändern werden. Und zwar, according to the research conducted by the investment firm Alto, 40% of the American Millennials, those aged 26 to 41, hold cryptocurrencies, nearly the same share of people, own individual stocks, the survey estimated. Und eine Sache, die ich hier sehr, sehr interessant finde, das bedeutet ja einfach nur, dass tatsächlich 40% der amerikanischen Millennials, das heißt Leute im Alter von 26 bis 41, bereits Kryptowährungen halten. Und eine weitere Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, die hier drin stand, war, lasst mich das ganz kurz hier, Another recent poll estimated that 36% of Millennials and 51% of Generation Z, das heißt die jüngeren Leute, Generation Z, zu der ich theoretisch gehören würde, auch wenn ich diese ganzen Generationsnamen total random finde, weil das eh alles überhaupt gar keinen Unterschied macht, wann du geboren bist. 36, also natürlich schon, man wächst ja mit Technologie auf und so, aber grundsätzlich gesehen, ich meine, es ist jetzt nicht allzu crazy, wenn man Generation Z oder Millennials ist, ich glaube, das macht alles nicht allzu viel Unterschied. Es steht 36% bis 51% bei Generation Z would prefer to receive half of their paychecks in Digital Currency instead of Fiat. Das heißt, wir sehen natürlich ganz klar, dass bei den jüngeren Leuten ein massiver Shift in den Kryptospaces, das war uns allen auch schon klar, aber wir dürfen eben einfach eine Sache nicht vergessen, geben wir dem ganzen 10 Jahre Zeit, reden wir hier wirklich von einem Long Term Time Horizon, wie wir uns ja im Kryptomarkt befinden, mit unseren HODL-Portfolios. Leute, in 10 Jahren, ich meine, Step by Step werden irgendwann nur noch diese ganzen Millennials, die ganzen Generation Z, das wird die Arbeitsgesellschaft sein, das wird die Leute bekommen, die 70, 80% der Löhne erhalten, die auf der Welt gezahlt werden. Und wenn die alle jetzt bereits Interesse haben, das zu helfen, in Krypto zu bekommen, wenn die alle 50% von diesen ganzen Leuten bereits in Krypto sind, dann wird sich das nicht ändern. Diese Leute werden in Krypto bleiben, bloß diese ganzen Jugendlichen, diese ganzen jungen Menschen, die werden eben immer mehr Geld haben, die werden immer reicher werden und die werden immer mehr Geld verdienen über ihr Leben und dementsprechend wird auch immer mehr Geld von ihnen in Kryptowährungen fließen. Diese ganze Generation Z und aber auch Millennials haben ja aktuell nicht das Geld der Welt. Das gehört ja immer noch der einer Generation darüber, wenn man jetzt mal wirklich im ganz großen Stil schaut. Und das wird sich aber eben auch über die nächsten 10, 15, 20 Jahre ändern. Deshalb fand ich das auch sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, wie viel Prozent der Jugend denn bereits Krypto adoptiert hat. Denn das ist natürlich im Endeffekt das, was sich dann auch in Zukunft zeigen wird, wenn dann eben die ganzen Jugendlichen und jungen Erwachsenen erwachsen sind und ja, der Backbone der heutigen Weltwirtschaft sind. Aber Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst uns die 1000 Daumen nach oben knacken und dann würde ich sagen, sehen wir uns tatsächlich im nächsten Video wieder. Lasst einen Kommentar da, ich hoffe, euch haben die On-Chain-Daten gefallen und natürlich auch meine Chart-Analyse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dann, haut rein, ciao, ciao. Ciao.